ich würde heute von hamburg nach osnabrück fahrrad um die die alle seien bei eisenrohre holand ok wir transportieren die ist dann fahren wir heute schokoladen lade ist ziemlich lecker ich bin die tiefe sie mal kurz hier ein bisschen lauter machen es geht ja hier sonst nicht an warum ist es denn so leise und besser einstellen dann fahren wir mal hier ich fahre natürlich wieder mit lenkrad und was weiß ich und wir liefern jetzt das ist auch voll lade nichts passiert ich hoffe hier kommt keine gute zeit hier ist gar nichts passiert oh wie seht ihr denn im rückspiegel ich habe den ein bisschen mitgenommen aber es ist mir doch egal zahlt doch eh die versicherung es ist mir leid du autofahrer wir fahren jetzt erstmal vorbei ein krankenwagen was eigentlich gar kein krankenwagen ist wenn er von england kommt das ist ein baum oh mein gott das ist ein baum laterne 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 leute ihr habt das nicht gesehen ich kann keine lkw also wenn ich ein echt lkw fahrer wäre ja ich bin gegen jeden baum jede laterne jedes schild sieht man ja hier schon ich kann auch vielleicht daran liegen dass wir kein führer stehen aber das muss ja niemand wissen die polizei erst recht nicht 13 millionen jahre oh der ist schon unterwegs habt ihr gerade vielleicht einen linken schiebel schiebel natürlich oh die feuerwehr fährt weg ja gut wir fahren jetzt nach Osnabrl hoffentlich ohne einen habe ja schon 100m umfällig gemacht gerade aber egal das hat ja niemand gesehen oh oh es ist normal es ist direkt grün geworden weil die ampel mich gesehen hat nein dann müssen sie eigentlich rot geworden sein frisch naja sie ist auch jedenfalls grün geworden wegen ihr rot ist auch wegen mir geworden wir gucken gleich mal ob die und guck mal da oben ist doch eine die rot ist ja die macht mich das muss man einfach mal sagen ne die mag mich hier wird mal grün bremst du LKW denn 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 oh es ist grün ab nach oh ähm ntl habe ich gerade auch für falsch ich wollte eigentlich gucken mit glück ist die ampel ja noch weil eigentlich müsste sie ja bei mir gewonnen werden eigentlich bisher aber so jetzt mal wo 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 ja wo 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 ho wo 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 und wo 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 Hallo Autofahrer, kannst du jetzt auch mal überholen? Ich fahre dir gleich hinten rein, wenn du jetzt nicht mich überholst. Ah, jetzt habe ich 1% Schaden wegen dir. Mann. Nö. Jetzt brauchst du auch nicht mehr überholen. Nö, das Auto. Alter Opas. Nee. Ich habe ja nichts Ding. Ich bin ja auch genug. Ich bin jetzt so fies sein. Ich bin nicht fies. Ja, okay, man kann mal füllen. Bremen? Wir wollen doch nicht mehr Bremen fahren. Da standen wir. Da standen wir. Da standen wir unten hier. 190 km. Das schaffen wir doch nicht. Seitdem wir fahren 90 kmh. Hallo LKW fahren 90 kmh. Ja, ich bin nicht so ein 80 kmh. Ey, dieses behinderte EKW. Wow. Äh, ich bin gerade am Handy. Also nicht wundern, was ich gerade so kacke. Wow. Wow. Bruder. Kann aber echt nicht. Schon wieder so ein hoch. Oh. Oh. Es ist britisch. Ah, noch fahren wir ja. Warum bin ich jetzt hier gelandet? Wow! Bruder, ich kann echt gut fahren ohne Dings, also mit Handy-Aff. Aber Leute, macht's nicht, denn man braucht ihr so unfälle wie ich. Ihr seid einfach dumm, so gut zu fahren. Junge, kannst du auch mal gucken, wenn du gerade ein LKW rauskommst? Ich kann ja alle nicht gucken. Oh, 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 oh. Auf einmal 22 Schaden? Junge, hab ich gerade ein LKW angekommen? Egal. Egal. Oh. Oh. So schnell gefahren. Das juckt mich nicht, denn ich hab eh viel, ey. Polizei brauchst du auch gar nicht so weit. Oder die... Oh. 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 Oh man, diese blöde Polizei hinter mir. Jetzt hab ich mir jetzt noch piesel. Biubiubiubiubiubi. Ich geb dir gleich biu in deinen... Ok Leute, ich muss mal kurz Pause machen. So Leute, da bin ich wieder. Ich muss kurz weg. Und jetzt fahren wir aber weiter an der Menge. Natürlich. Gut, dass wir noch nirgends. Mein Brain ist auch so kacke. Junge, war grad eine Leitkrank. also es ist ddb o osnabrück ist nicht mehr soweit ich habe schon ja im motor ausgemacht Junge! Hallo jetzt! Ey! Hier gibt's nicht Gas jetzt! Junge, jetzt bin ich hier wieder ein Stauverursacher. Manchmal muss ich hier anbieten. Guck mal, die überholt mich. Selbst der Brüssel überholt mich schon. Wow! Kann echt nicht fahren. Zutun doch! Oh ja, ich hab so ein Orgum vom Lego Star. Woah! Das ist doch nicht Lego Star Wars, sondern... Hallo, warum überholt er mich jetzt? Das ist von Indiana Jones. Nee, oder? Ist das von... Junge, ich bin so scheiße. Mein Drain ist so kaputt, ne? Jetzt fahre ich wenigstens wieder. 70, 10 km, äh... 10 kmh langsam. Aber egal! Junge, die können ja kein... Ach Junge! Armblin ist gemacht, weil ich jetzt... bei uns... Motor ausgemacht habe. So. Dann weiter. Dann weiter. geht's gleich ab. Wow! Ah! Polizei! Oh! 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 Ich hab einen Motor-Schaden irgendwie. Mir ist er jetzt auch als Krieg gegangen. Ah! Ich muss hier runter. Ach Junge! Ja, Junge, ich weiß jetzt schon, dass ich einen Motor-Charme habe. Uh! Ich bin zu schnell. Diese 30 kmh schaffe ich jetzt aber auch so, ne? Äh... Zum ADAC. Kann auch mal Garten geben? Bim, 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 bim. Ich mache ein bisschen Party. Ich glaub, ihr hört sogar das Klicken, ne? Ja, man hört es sogar. Ich gucke hier gerade auf diesen Dinger, wo ich... ähm... Rahmenlinke liegt. Und das hier einfach... Schade, dass man das... Nein! Wohl! Oh! Moin, Werner! War Jürgen? Ich glaub, das war Jürgen. I... Was? I... Irgendwas. Hallo? Ich... Ach, ihr hört mich. Na, Brücken. Hä? Noch bin ich damit. Ostland. Ja, schön, dass es eine Fehlkundeinhalt wird. Ich muss nach ost nach rüe, jump! Hallo ihr Kollegen! Ich muss hier weinen. joining. More… More… Ich bin ja schon da. Was ist denn das? In neun Minuten muss ich da sein. Ich das schaffe. Das sehen Sie jetzt. Dann fahren wir erstmal hier geradeaus. Und ähm... Wow. Erste Aufzeichnung aus nach Röhl. Nee, ich wache schon mal da. Hallo. Fahren Sie doch jetzt. Nein. Bödes Auto, ey. Wegen dir. Wegen dir, du... Auto. Dann fahren wir halt in... Sind wir jetzt Geisterfahrer? Ist auch nicht schlimm. Hallo, ich bin ein Geisterfahrer. Geisterfahrer. Ich bin ein Geisterfahrer. Oh, die Feuerwehr ist ja auch schon direkt. Die denken sich auch nicht so. Warum fährt der Pudi auf der falschen Seite? Wow. Das ist immer so ein Zentimeter an ihm vorbei. Warum ist es genau jetzt hier oben rot? Nee, das sehe ich gar nicht einer. Aber ich kann es hier einfach an. Warte. Oh, ich bin vorbei. Hacke. 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 Hey, Leute. Das Spiel ist einfach gerade ausgesagt. Das ist auch nicht so. So, aber wir müssen ja nach... Nee, nicht alles abwählen. Hm. Vielleicht muss ich noch nicht mehr. Oh, Brems. Ich habe ja noch einen Unfall gebaut. Egal, ich habe... Ich kriege eh meine Feuerwehrschwein nicht mehr wieder. Und dann habe ich es geschafft. Oh, meine Maus. Wir stetigen. Fertig. Und wie viel Geld haben wir bei dem Buch? Ein Errungsfortschritt geschaffen. Abzug für Schäden. Minus 893 Euro. Geht ja eigentlich, ne? Wir haben so viel Kraft gemacht. Anwenden. Joa. Leute, und damit würde ich es schon sagen. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meine YouTube-Seller-Seller vorbei. So wie könnt ihr auch noch auf Instagram und Co. vorbeischauen. Ist alles in der YouTube-Seller-Link. Hab jetzt noch einen 3-mal Tag. Freut euch mal, Leute. Euer Estadu. Ciao, ciao. Ach, übrigens. Und wenn ich nicht mehr so schnell reden soll, dann lasst mal gerne ein Abo da. Ciao, ciao. Outro